Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns erstmal um Paare kümmern, damit wir das nächste Mal wieder mehr mit den Listen arbeiten können. Das heißt, Paare ist so eine Art kleiner Einschub. Paaren sind auch eine Art, die man in der Kotlin Collection findet und die später definitiv relevant werden. Vor allem, wenn man dann mit Zip oder sowas arbeitet, was wir dann ab sofort haben werden. Ähm, genau. Und ja, ein Paar sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal ein Value Pair vom Typ Pair und genau das ist im Endeffekt der Typ, den wir hier brauchen. Ist gleich, und jetzt können wir hier ein Pair erstellen mit 1,2 zum Beispiel, ja. Und das Ding ist, das ist jetzt auch wieder wie Array oder so ein Speichertyp. Das heißt, man kann hier angeben, welche zwei Typen sich hier drin befinden. Das heißt, ich bin nicht darauf festgelegt, dass hier jetzt 1 und 2 steht. Ich könnte auch hier natürlich 42 und 2 reinschreiben. Ich könnte aber genauso gut hergehen und 42 und Glaskanone schreiben, ja. Ähm, und das ist absolut legitim. Das heißt, ich muss aber hier trotzdem meine Typen angeben. Denn Kotlin braucht für allen Shittypen. Und das heißt, ich muss hier sagen, okay, das Ganze sind ein Integer und ein String, okay. Und jetzt habe ich quasi die Möglichkeit, hier ein Paar zu verwenden. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach sagen, hey, ich möchte gerne dieses Paar ausgeben. Printline, Pair, ja. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einfach runde Klammern. Achtung, das sind keine eckigen Klammern mehr, es sind runde Klammern. Denn ich kann jetzt hier auch nicht hergehen und mehr als zwei Elemente reinmachen. Ein Paar besteht immer aus Zweien, zumindest, naja. Okay. Ähm, ein Paar besteht aus zwei Elementen hier und die müssen nicht unbedingt gleich sein. Das heißt, ein Paar kann durchaus auch ein Integer und ein String sein oder zwei Strings oder zwei Integer, völlig egal. Aber es hat eben immer genau zwei Elemente. Das heißt, wir haben hier auch runde Klammern, okay. In anderen Sprachen bezeichnet man sowas normalerweise als Tupel. Also T-U-P-E-L. Ich schreibe es kurz hin. Tupel. So. Ähm, und genau, mit diesen Tupeln kann man auch ganz gerne arbeiten. So. Warum würde mir das irgendwas bringen? Nun, das werden wir in den nächsten paar Videos sehen. Wie kann ich jetzt hier irgendwas damit machen? Das ist eine andere Frage. Und die Antwort darauf ist relativ simpel, möchte ich mal so behaupten. Wir können hier einfach sagen, ich hätte ganz gerne mein erstes Element wieder. Dann bekomme ich, ja, ich bekomme, habe ich gesagt. Dann bekomme ich natürlich meine 42 wieder. Wer hätte es gedacht? Oder ich kann sagen, ich hätte gerne mein zweites Element wieder, also meine Glaskanonen. Dann bekomme ich selbstverständlich Glaskanonen ausgegeben. Ja, logisch, oder? Ähm, ich kann das Ding auch mit anderen Funktionen verwenden. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte was kopieren. Ich kann auch Component 1 und 2 hier benutzen. Ähm, wobei ich immer First oder Second empfehlen würde. Component 1 und 2 würde ich nicht empfehlen. Ähm, genau. Ich kann hier auch tatsächlich das Ganze mir als Liste konvertieren lassen. Dann bekomme ich das eben als Liste wieder raus. Das heißt, es ist jetzt keine, keine Limitierung mehr für, ähm, für zwei Elemente, sondern wir haben jetzt hier eine Liste, aber eine Liste mit variablen Typen. Und das würde ich euch meistens nicht empfehlen, es sei denn, ihr müsst das wirklich tun. Aber ja, ähm, im Endeffekt ist das erstmal eine kleine Intro zu paaren. Wir werden sehen, für was man die später noch braucht. Denn, ja, ja, wir behalten erstmal das hier im Hinterkopf. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .